Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind schon an Tag 2. Gestern habe ich nicht gefilmt. Ihr hört, ich habe eine übelste Erkältung. So sieht es hier gerade aus. Wir laufen gerade zum Frühstück und noch ist es ziemlich dunkel, als ob es gleich anfängt zu schütten. Aber es ist so warm, dass ich hier in kurzer Hose stehen kann. Also echt trotzdem cool und für mich auch gerade super, dass es nicht so mein Kopf voll Sonne knallt. Ja, Julian ist gerade vorgelaufen. Da vorne geht es zum Buffet oder zum à la carte. Also man kann es sich aussuchen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Der Service ist auch echt krass gut hier. Also wirklich, wirklich gut. Guten Morgen. Ja, und wir frühstücken jetzt erstmal. So, ich habe jetzt einen Teil à la carte bestellt und einen Teil werde ich mir gleich holen. Den werde ich euch gleich zeigen, was es hier gibt. Und ich wollte es euch mal zeigen, wo wir sitzen. So sieht es hier aus. Da drüben ist noch ein Restaurant. Auf der anderen Seite ist auch die Lobby und die Empfangshalle sozusagen. Alles sehr offen. Ihr seht, heute ist noch nicht so schönes Wetter hier. Aber es wird, es wird. Es fängt jetzt in dem Moment an zu regnen. Nein, guckt euch das mal an. Es schüttet. Krass. So, ihr Lieben, jetzt gibt es das, was ich angekündigt habe. Bei dem lieben Herrn hier, guckt euch das an. Er hat es schon mal vorbereitet. Das ist alles für mich ein Spaß. Das ist die Auslage. Ich würde gerne einen Krab und zwei Pancakes haben. Ich gehe mit zwei. Danke. Danke. So, hier macht ihr das. Und dann kann man sich hier noch aussuchen, was man noch so haben möchte. Kann ich mit etwas spezielles? Kann ich mit etwas mit Zucker und Zinnamen? Ja. Kann ich mit etwas spezielles? Ein spezielles Pancakes. Ein spezielles Pancakes. Es ist wie ein Karte-Pancakes. Ich versuche es, ja. Das ist mir überraschend. Danke. So, und jetzt stehe ich hier in einem Raum, der ist gekühlt. Und hier ist so ein kleines Buffet, sonst kann man ja alles à la carte bestellen. Aber wenn man noch so ein paar Sachen möchte, hier ganz normale Brote, irgendwelche Sirupe, Milch, Reiswaffeln, Cornflakes. Hier ist erstmal Belag, Käse und Wurst. Hier sind solche schönen Sachen, die ich nicht zum Frühstück essen kann. Hier kann man sich selbst noch einen Salat machen. Hier ist noch Salami, hier ist die Wursttheke, geht weiter. Und hier gibt es sämtliche Leckereien. So, ach, ich weiß gar nicht, wie ich kleine Brownies oder Kekse, was weiß ich. Also wirklich sehr, sehr lecker. Aber irgendwie bin ich in meiner Schwangerschaft jetzt nicht so wild drauf. Oh, da oben gibt es Brezeln und Donuts. Das ist ja krass. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hier gibt es auch ein paar Kuchensorten. Hier gibt es Marmeladen. Brote, kann man sich das selber schneiden. Hier gibt es ein paar gekühlte Joghurts drinnen. Und hier gibt es sämtliche Fruchtarten. Ja, ich habe den Obstsalat gewählt. Ihr seht den gleich nochmal. Und was haben wir hier noch? Ah, es geht mit Obst weiter. Pineapples, Melons, Kiwi, Watermelon. Schön geschnitten, wie ihr seht. So, das ist es erstmal hier. So, ihr Lieben, schaut mal. Er hat doch gesagt, er macht mir something special. Hier ist Spongebob. Und hier ist einer von den Minions. Jetzt habe ich zwei Pancakes bekommen. Hervor geil. Dann habe ich einen Crepe bekommen. Das mache ich mir mit Zucker und Zimt. Und ein bisschen Erdbeermarmelade. Vielleicht auch ein paar Früchte obendrauf. Und dann habe ich mir noch einen Bagel bestellt. Eigentlich gab es den mit Lachs. Kann ich ja leider nicht essen in der Schwangerschaft. Also ich weiß, natürlich ist hier frisch, denke ich mal. Aber ich würde es nicht ausprobieren. Und den gibt es jetzt mit Putenbrust und Cream Cheese. Ein paar Tomaten, ja. Und dazu gibt es hier noch einen Smoothieberry und Wasser. Und jetzt wird erstmal reingehauen. Ihr seht, Juran ist da schon voll dabei. So ihr Lieben, ich bin jetzt mal aus dem Bett gestiegen. Weil unser Bett wird gerade gemacht. Und wie ihr hört, ich bin nicht so fit. Aber es macht auch nichts. Guckt mal. Die Sonne will nämlich heute gar nicht rauskommen. Julian liegt hier vorne und arbeitet am Laptop. So kann man das immer ganz gut verbinden. Urlaub und arbeiten bis die paar Stunden am Tag arbeiten. Und dann kann man sich es ja auch gut gehen lassen. Oder wie ich halt ein bisschen schlafen. Und jetzt gibt es hier gerade Mittag. Ich habe nicht so einen großen Hunger. Deswegen habe ich mir nur einen Fruchtsalat schnippeln lassen. Und Julian hat hier wieder nochmal seinen Salat von gestern. Mit Artischocken, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, glaube ich, sind da drin. Was ist das? Das sind Bohnen? Das sind gebackene Bohnen, ja. Gebackene Bohnen, dann gibt es dazu ein bisschen Brot. Und das war es schon. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ah, Julian hat auch noch ein bisschen Ketchup dabei. Kann ich ja mir auf den Fruchtsalat schmieren hier. Und ja, das war es eigentlich schon. Das ist jetzt unser kleiner Mittagssnack. Ich habe nicht so einen großen Hunger. Ich glaube, ich lege gleich noch ein kleines Nickerchen ein. Und dann nehme ich euch wieder mit zum Abendbrot, wenn ich wieder wach bin. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt mal ein bisschen zurecht gemacht. Ich habe mir mein Kleid angezogen und dort oben drauf gemacht. Hoheschuhe habe ich wieder ausgezogen und gegen Flipflops getauscht. Das war bequemer und es sieht mich ja eh keiner. Und Julian kennt mich auch so. Ich bin ja groß genug. Und ja, wir gehen jetzt zum Abendbrot essen. Irgendwann muss ich ja hier mal raus. Kreislauf muss auch ein bisschen angeschoben werden. Und muss ja auch müde werden, vor dem nächsten Schlafen gehen, was ich ja den ganzen Tag über gemacht habe. Deswegen. Und jetzt nehme ich euch einfach mit und zeige euch mal, was es zum Abendbrot gibt. Schaut mal, so sieht das hier aus am Eingang. Das ist echt schön gemacht mit den Beleuchtungen und so. Das geben wir hier mal rein. Und wir gucken, wenn wir mal, wo wir hinkommen. Zum Pool. So, auf in den Pool. Nein. Wir gehen dann zum Essen. So, ihr Mäuse, ich hoffe, ihr seht mich noch. Hier sitze ich mit meiner Ehe-Maus. Hi, hi. Hola. Die ist schon etwas schwarz von einem Tag über, ne? Und hier haben wir den schönsten Tisch abbekommen. Nämlich direkt am Strand und am Pool. So sieht das hier aus. Und ja, wunder, wunderschön. Und wir kriegen jetzt erstmal einen Pfefferminz- und Kamillentee, wie die alten Leute hier. Und ein bisschen Wasser. Und natürlich nicht zu vergessen, gibt es auch meine obligatorische Taschentuch-Packung für mich. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir bestellen. Oder ob es hier nur Buffet gibt. Das weiß ich noch gar nicht. So weit sind wir hier noch nicht. So, es heißt, ran ans Buffet. Hier gibt es zum Beispiel Fleisch und Fisch. Hier gibt es auch Fleisch. Das ist ein Dünnerspieß. Hi. Ja, I try, but I'm looking first. Oh, da gibt es Pita. Mmh, wieder mit. Hier gibt es ein paar Buletten. Hi. Haha. Hier gibt es Spieße. Mmh, hi. Fine, thank you. Hier ist nochmal ein Grill. Ui. So, hier ist meine Station. Hier gibt es Chips, Brotchips und sämtliche Sorten. So Peterbrens und so. Hier hängt auch nochmal etwas und Fleisch von der Glocke. Hi. Hier ist die Gemüse-Station. I'm looking, thank you. So, ihr Lieben, ich stehe hier gerade. Und mir wurde gerade ein Cocktail angeboten. Aber ich darf ja nicht trinken. Und jetzt macht er mir dafür einen Fruitjuice aus? Orange. Yeah. Grapefruit. Yeah. Apfel and Bier. Und Birne hat er gesagt. Genau. Perfect. Thank you. Hier gibt es sämtliche Beilagen. Oder auch schon wieder Fleisch. Aber hier gibt es auch Salate. Guckt euch das an. Kann ich ja alles nicht essen. Also, nee, nee, ich versuche es lieber nicht. Aber hier gibt es auch noch Rosenpasten. Hier gibt es einfach nochmal Tomate, Mozzarella. Auch Kartoffelsalate. Quinoa-Salate. Hier gibt es Cheese. Hier gibt es Chicken Salad. Hier gibt es eine Korn-Soup. Hier haben wir die Brotstation nochmal. Oh, hier gibt es Hühnchen. Und dann gibt es hier nochmal Fisch und Fleisch. Und jetzt kommt die Station, vor der ich eigentlich Halt machen sollte. Wartet, ich gucke mal. Hier. Es gibt, oh, oh, oh. Ich weiß gar nicht, was das alles ist, aber es sieht aus wie rote Krutze und irgendeine. Oh, hier ist, ähm, wie heißt das immer? Schreibt es mir bloß drunter. Hier ist irgendeine Tarte. Oh, hier sind, oh, da ist Chopper-Pudding. Bisschen Früchte. Noch mehr Tarts, noch mehr Tarts. Oh, guckt euch das an. Und das ist ja wohl meine Lieblingsstation. Hier gibt es, äh, Eis. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal hinzu. Ich habe jetzt meinen ersten Gang geholt. Ich bin, äh, leider von Schwangerschaft und von einer Grippe nicht so hungrig. Aber es riecht alles fantastisch und es sieht auch so lecker aus. Und die sind auch so nett beim Anpreisen, dass man eigentlich sich die kompletten Teller vollhauen könnte. Ich habe jetzt ein bisschen, äh, Tortilla-Chips genommen, ähm, mit ein bisschen Hummus-Dip, Tomate, Gurke und hier noch Mozzarella mit Tomate. Dazu gibt es einen, äh, Peppermint-Tea, also Peppermint-Tea. Und dann habe ich mir noch machen lassen einen, ähm, Smoothie hier aus Birne, Grapefruit, Orange und noch ein Apfel. Ein Apfel noch. Ähm, auf jeden Fall super lecker. Und, ähm, die hatten heute kein Sushi, weil heute ist Buffet-Tag. Und Julian ist einfach hingegangen und hat gefragt, ob sie Sushi bekommen könnten. Haben sie gesagt, aber die würden das jetzt organisieren. Kam wieder, meinte, gar kein Problem, in einer Viertelstunde ist es an ihrem Tisch. Äh, was hätten sie denn gerne? Und dann hat Julian gesagt, er ist Veganer, ähm, kann halt nur so vegane Sachen essen. Und darum kümmern sie sich. Und dann haben sie auch gleich gewusst, ah, sie sind ja schwanger, ähm, also für sie keine Rohfischsorten und so. Ich so, nee, nee, dann bin ich vegetarisch. Und dann hat er, also da finden wir auf jeden Fall schon was. Es ist überkrass. Wie krass nett und aufmerksam. Die sind, sprechen dich mit Namen an, wenn du reinkommst und so. Also es ist extrem krass hier. Wirklich, wirklich schön. Und, ähm, Julian hat, äh, einen vollen Teller, würde ich mal sagen. Was gibt's da so? Brot, Kuchen? Ganz viel Gemüse. Im Rohr? Brot werde ich, glaube ich, nicht essen. Nee, das ist, ähm, Couscous. Couscous, achso. Und ein bisschen Kartoffeln und Süßkartoffeln gab's eben noch. Oh, die hab ich nicht gesehen. Ja. Ach, und das Witzige ist, er hat tatsächlich sein Light Ketchup mitgebracht. Manche werden's halt als Asi bezeichnen, aber kurz ins Leben. Also strikt am 10-WP-Plan, ja? Mach das, was du willst, sagt man auch immer, oder? Mach das, was ich wirklich mache. So, und jetzt wird erst mal ein bisschen reingehauen. Und schwupps haben sie das Sushi gebracht. Ich bin mir noch nicht sicher, was das alles ist. Aber ich koste natürlich alles. Auf jeden Fall hat er uns versichert, auch das ist vegetarisch. Vegan sogar. Oh, auch sogar vegan. Wir haben beide das Gleiche, ne, Mousi? Ja. Du hast auch das Gleiche. Na dann, hau rein. Das geht. Mach ich. So, weil ich auf das ganze Fleisch- und Fischkram nicht so einen großen Hunger habe, gibt es jetzt Nachtisch für mich. Es gibt Vanille, Schokolade, Oreo-Keks und Mango-Sorbet. Also das andere sind Eisorten, aber es ist Sorbet und ich freu mich. Und ja, es ist wenigstens frisch und hier ist es total windig gerade, aber total angenehm, wenn es nicht so warm ist, muss ich euch das nochmal zeigen. So sitzt man hier und vor uns ist nichts, außer das Meer und Palmen. So ihr Lieben, ich konnte es nicht abwarten. Ich habe mir hier nochmal ein Eis geholt, weil das hier war meine Lieblingssorte. Das ist Oreo-Eis. Dann ist es irgendwas mit Nuss jetzt und das ist nochmal eine Schokolade. Und auf einem separaten Teller habe ich mir noch ein Mango-Sorbet gemacht, damit es nicht hier alles wieder zusammen mischt. Aber auf jeden Fall, ich sage euch, es ist so lecker und das kann ich gerade essen. Und dann freue ich mich um meinen Arzt, wenn ich gerade was habe, was mir gut bekommt. Und es ist schön kalt und es kühlt von innen meine erhöhte Temperatur. Und dann gehen wir wieder ins Bettchen.